Mein Vater sagte mir immer, wir gehören zu einer Nation, die seit 150 Jahren auf der Suche nach ihrer verlorengegangenen Stimme ist. Und er sagte, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Wir müssen uns nur danach strecken, dann werden wir es schaffen. Seine Generation hat das oft versucht und ist immer wieder daran gescheitert. Dann waren wir dran, unser Glück zu versuchen. Und für wenige Wochen hatten wir das Gefühl, unserem Ziel so nah zu sein wie noch nie zuvor. Heute schaue ich mir die blutbeschmierten Wände an und befürchte, dass es auch diesmal nichts mehr war, als nur eine Fata Morgana. Untertitelung des ZDF für funk, 2017